Oberkommando an Anton 1, drücken Sie zur vorgeschobenen Basisfuhr. Zerstören Sie selbst die Unterlagen über unsere Truppenbewegungen und suchen Sie an der Katedrale zum Rest unserer Streckkräfte. Verstanden, Oberkommando. Oberkommando Ende, Sie wissen, was Sie zu tun haben, Gerdt. Oberkommando Ende, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Oberkommando Ende, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Oberkommando Ende, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Oberkommando Ende, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Eine volle Kampfbereitschaft, Kommandant. Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sind getroffen, fahren aber noch! Neuverland, Turen erledigt! Panzerknacker! Schneeboot, schnell! Vorsicht! Scheiße! Komm schon, Stefan! Das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt! Können Sie es reparieren? Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Herz, bringen Sie Stefan wieder zum Lauf. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stehlerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine. Einfach nur ein verwundbarer Mann. Ich weiß, ob es Wchenberg hat ihn. Das war auch. Ich weiß, wie geht's die Welt? Als wir diesen Leichen ausbringen müssen, will man tun? Yehell? Das war's für heute. 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 und angreifen. Bestätigter Tepper. Bestätigter Tepper. Bestätigter Tepper.